servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einer neuen ausgabe azeroth aktuell heute mit den wichtigsten news betreffend des ptrs der aktuellen mythic plus woche und mehr wenn euch das video gefällt lasst ein like oder ein abo da sorry dafür und damit starten wir rein und zwar gibt es auf dem ptr ein paar änderungen bezüglich der tapferkeitspunkte wenn ihr eine tägliche berufung absolviert bekommt ihr dafür nun 50 tapferkeitspunkte vorher waren das 35 also dafür gibt es ein kleiner buff 350 macht das pro woche bedeutet bei einem cap von 750 pro woche könnt ihr fast die hälfte über die berufung ergattern dann haben wir noch die erinnerung dass die kosten für die upgrade sich wohl nicht geändert haben zum beispiel für items wie die offens 250 pro upgrade das ganze geht hoch auf bis zu 1000 pro upgrade vor allem bei zwei handwaffen ist das sehr sehr teuer dann haben wir einen oder ein paar tunings für die dungeons blutigen tiefen und hallen der süne für die ventir boni die ihr da mitnehmen könnt da sieht es so aus dass in den hallen der süne könnt ihr ja diese fledermäuse die treuen steingeborenen beschwören oder was heißt beschwören für euch nutzen sie übernehmen quasi sie machen dann schaden für euch da habt ihr einmal gute nachricht ist wenn ihr den dud übernehmt dauert das nun 45 sekunden statt 30 sekunden selbes geht für die damage reduction die ihr dadurch bekommt die bad news dieser sache ist dass der schaden des steingeborenen um 50 prozent reduziert wurde alles in allem laut wow head ist der dungeon oder ist der nerve etwas zu merken die verlängerte laufzeit macht die damage reduzierung nicht wett also müsst ihr leider mit etwas weniger damage klarkommen in den blutigen tiefen da habt ihr einmal dieses anima drain wo ihr die laterne aktiviert und für jeden gestorbenen gegner bekommt ihr einen buff die dauer beträgt also wie lange das aktiv ist diese laterne nun anstatt 45 sekunden auf 60 und euer damage wird um 5 prozent pro stack für 1,3 minuten statt einer minute erhöht heißt statt 60 sekunden läuft der buff 75 sekunden bedeutet dass der buff besser wird und durchaus etwas besser genutzt werden kann dann beispiel durch die längere duration auch für mehr trash pack pulls und zu guter letzt haben wir mythic plus die kollegen von wow head machen regelmäßig ein ranking welche dungeons mit den aktuellen affixen besonders leicht und welche besonders schwer sind auf einem rating von a bis e a ist relativ einfach e ist ziemlich hart wir haben diese woche wütend bebend tyrannisch und stolz als affixe das beben ist ziemlich einfach zu dealen einfach nicht casten wenn das ding ausläuft dann haben wir noch wütend das könnt ihr mit hantern und ruiden runternehmen also alles in allem relativ easy zu dealen und dann sind halt die bosse gebufft am einfachsten laut wow jetzt in dieser woche nebel von tier nach ski und die hallen der süne gefolgt von der nekrotische schneise dann auf c rank haben wir die andere seite solchen sturz und die spitzen des aufstiegs und am schwierigsten theater der schmerzen und die blutigen tiefen was vor allem daran liegt blutigen tiefen ähm ist ein boss wo vor allem der zweite boss super super eklig ist sie sagen auch das bebend ist sehr nervig in den engen gang und ja die bosse sind halt für sich gebufft ziemlich ziemlich schwer nichtsdestotrotz wünsche ich euch bei allen euren dungeons viel erfolg diese woche haut rein und ich bedanke mich an dieser stelle fürs zusehen habt noch einen schönen tag bleibt gesund und damit sage ich bis zum nächsten video reingehauen